Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Hyundai. Ein Dieselmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Nehmen Sie am Steuerplatz und lassen Sie sich durch das geräumige Fahrzeuginnere überraschen. Zur Ausstattung dieses Autos gehören ebenfalls Dachreling, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017